Tag fünf nach meiner OP und auch heute habe ich wieder ohne den Verband geschlafen. Das Aufstehen hat schon immer besser geklappt. Plus, ich habe endlich Schuhe gefunden, die ich damit tragen kann, wo nichts auf die Wunde drückt. Die Frage ist nur, ob ich so wirklich rausgehen kann. Heute habe ich mich das erste Mal wieder in den Haushalt gewagt, und es ging ja da weniger gut. Und dann ging es auch schon ran ans Packen, denn es ist jetzt nur noch weniger als einen Tag, bis ich eine 24-stündige Reise vor mir habe. Und ich weiß ganz genau, dass ich diese Schuhe auf der Reise niemals anziehen kann. Aber so als gutes Zeichen habe ich sie trotzdem mal eingepackt. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich diese lange Reise rumpelnd überstehen soll. Denn selbst mit Koffer sieht mein Walk gerade noch so aus. Also ich bin da super langsam und es tut leider auch weh. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal beim Flughafen erkundigt, was man da machen kann. Die haben einfach gesagt, dass wir jetzt eine Person stellen, die mir dabei hilft. Denn die fünf Meter durch mein Wohnzimmer geht noch, aber komplett durch den Flughafen würde ich auch einfach nicht schaffen. Also mal schauen, wie das morgen wird.